So, jetzt, jetzt geht's los. Jetzt ist er warm, wisst ihr? Hier, komm. Ja, voilà! So, ich mach mein Mikro noch mal ein bisschen näher hier ran. Alles wie immer. Oh Gott, jetzt hier wieder mit dem Wechseln, darauf muss ich jetzt erstmal wieder klarkommen. So. Zack, zack, zack. Oh Gott. Ach, du schreibst ja hier so langsam, das stimmt ja. Äh, Reis, Höfe, A. Nimm den Reis! Gut. Oh nein, das war gar nicht gefragt. Ich hab gar nicht nach oben geguckt, ich bin so blöde. Ach ja. Das wird schon noch. So, ich brauch einen scheiß Fisch. Wo brauch ich denn so lange, um das zu schnippeln, sag mal. Ja. Das ist ja unglaublich. So, Gott, das ganze Ding ist eigentlich hier schon voll. Ach Mist, ich hab ja gar... So. Mein Reis brennt gleich wieder. Ich hab grad ja Mühe gebaut. Das ist ja ungünstig. Ich klau dir jetzt. Ach Mist, ich will grad dein Fisch bauen. Hä? Was für ein Fisch? Irgendwie noch den blauen. So. So. Zack, zack, zack. Acht. Wow. Mui. So, das ist auch noch dahin. Doch nicht Feuerlöscher. Wer will denn den Feuerlöscher? So. Ach, Moment. Nee, du. So. Das Ding ist jetzt halt nicht Mühe. Vor allem teilweise sind das so einfache Gerichte. Ja. Aber ich koch hier immer sonst was zusammen. Jaja. Ich guck auch gar nicht mehr. Ach nee. Also man merkt schon, alleine fliegen was jetzt nicht so hin. Ja, das, äh... Gemeinsam sind wir stark, du. Hä? Hä? Das brauch ich alles gar nicht. Warum? Hä? Ich bin hier ständig bei der falschen Maus. Ich denk immer, ich hab ne ganz andere. Lol. Hä? Wie brauch ich nicht schon wieder Reis? Hm. Wollt alles gar nicht. Vor allem, ich hab hier alles mögliche fertig an Reis und sonst was und brauch es nicht mal. Geht mir ja auch schon wieder richtig auf den Keks. Hä? Warum hat der... Oh, Maus, lass die... lass den Fisch los. Oh Gott. Okay. Wie fände ich so? 56. Ich will gar nicht wissen, wie viel ich... Oh, ja. 90. Ohne Witz. Bei mir war es aber auch so schlimm, weil ich irgendwie wieder nicht drauf geachtet habe, was es ist. Ja, genau. Ich hab auch irgendwie alles zusammen gemacht und dann hab ich oben geguckt. Ach, nee. Ah, okay. Aber wir haben es geschafft. Okay. So, aber ganz ehrlich, irgendwie... Was war denn? Das war das Sushi? Ja, das war Sushi, ja. Hast du was gewählt? Ja. Ja. Jetzt. Wolltest du schon wieder Sushi gehen? Ja, weil mich der Ehrgeiz packt. Ich will, ich will, ich will das schaffen. Wir waren so schlecht. Hm. So. Oh Gott. Ich lege nicht. Oh, das ist ja richtig gemein, ey. Oh, wie gemein ist das denn, bitte? Jetzt muss ich hier komplett umdenken. Ich hasse sowas. Ich auch. Boah. Oh Gott, hier ist ja schon wieder Reis am Dunen. Hm. Was hab ich denn jetzt wieder gemacht? Loll, ich werfe die ganze Zeit irgendwas durch die Gegend. Ja, frag mal, wer noch? So. Ha, ich hab was geworfen. Ha, 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 ha. Ich bin voll stolz auf mich. So, jetzt mal ein bisschen konzentrieren. So, da, zack. Oh Gott, oh Gott. Ich brauche die Garnele. Warum komme ich da nicht ran? Oh, lass doch mal den Feuerlöscher da stehen. Och nee, jetzt ist das hier wieder weg. Jetzt hat der den Fisch in der Hand. Ich merke auf jeden Fall, wir kommen beide klar. Ja, ja, doch, das läuft hier alles genauso wie soll. So. Äh, ja. Gefühlt hab ich hier gerade nichts am Start. So. So, das da raus jetzt, los schnell. Na, geh doch mal da rauf. Alter, ich kann hier irgendwie, ja wirklich, ich kann hier gerade nichts richtig irgendwo drauf platzieren. So. Vor allem, ich hab ja gerade auch wieder bei dir geguckt, ne. Auch wieder richtig schlau. Ach, nee. Ist ja ein Träumchen. So, ich mach das jetzt hier einfach fertig. So. So, das muss da irgendwie drauf. Alter, ich hab keinen Fisch, ich hab keinen Reis, ich hab gar nichts. Auch gut. Ach, nee. Nee. Nee, nicht rein. Lass doch mal den verschissenen Feuerlöscher da stehen. Ich bin schon wieder auf den Keks hier. Da hab ich da schon wieder irgendwas. Warum sind meine Teller da? Da unten. Nee? Alter, nimm doch nicht immer den Feuerlöscher. Warum? Fisch. Warum? Fack. Und Reis. Endlich hier. Und die piept auch. Ja. Ja. Der Reis hat Bock. Oh nein, jetzt ist es da in der Ecke verschwunden. Ich krieg die Tür nicht zu. Den falschen Fisch. Oh, ich flippe gleich. Schön, dass wir uns einig sind. So, hier, komm. Mach die Garnele wenigstens fertig. Dann pack die doch mal da drauf. Jetzt ist der Fisch nicht hier. Jetzt hab ich den weggeschmissen. Nee. Ich glaub das ist mal so knapp. Ey aber unsere Punkte sind auch knapp. Voll gut. So blau ist nie nun gut. Ist geschafft. Ist doch voll guuuut. Ach nee. Duh. Gut. Ich habe etwas mit dir. Ohne Witz, das hätte ich auch so erraten, dass du das willst. Nein. Doch, weil du es davor hattest. Aber ich weiß nicht, ob ich so richtig Bock drauf habe. Deswegen dachte ich, mache ich einfach Zufall. So, oh Gott, jetzt auch noch hier hinten. Wieso bin ich denn jetzt hier unten? Ha. Da muss ich ja auch mit Kielfarbe ändern. Oh nein. Hm, alles wieder weg. Lief ja ganz toll. Du, du, du. Vor allem, jetzt habe ich mich hier reingeportet ohne Sinn und Verstand. Das macht ja auch wieder richtig viel Sinn. So. So, ja, du sagst das. Die Tomaten nehme ich dir mal nicht weg. Da habt ihr mir einfach Käse klaut. Ich faszin. Ohne Witz, ich packe hier alles hin, das geht gar nicht. Hier, hier kriegst du dein Käse. Warte. Das war keine Absicht. Oh Mann, wo sind denn die Teller? Habe ich hier keinen Teller? Hä? Doch, guck mal, über dem Teig. Über dem Teig? Ach, da. Ich kann so nicht stapeln. So. Käse. Gott, ich habe noch nicht meine Ene fertig. Ich habe jetzt auch wieder hier nur Dingensen, ne? Ach, nee. So, hier kommt ein Teller mit. Los geht's. Hä? Was macht er denn? Hä? Weil wieder kein Teig da ist. Ich kenne das Gefühl. Gefühl nicht gut. Nö. So, hier ist jetzt der Käse. Und der Käse kommt da drauf. So, jetzt holen wir wahrscheinlich den Teig. Mein größtes Problem ist dieser Teig, ne? Mh. Ich bin davon nicht, dass man ihn erst wieder aufschneiden muss. Ich bin davon nicht, dass man ihn erst wieder aufschneiden muss. Ich weiß es nicht. So. Da kloppt es mir einfach die Tomaten entgegen. Ich bin einfach ein. Mann! Nicht die Tomate! Nein! Pizza! Puh! So. Oh Gott, klar. Es braucht wieder einen Teller. Klasse. So, jetzt habe ich hier 3000 Mal Teig gekloppt und irgendwie bin ich immer noch nicht weiter. Hä? Ich habe gerade einfach nur die Tomate in den Ofen gehauen. Lol. Hey, der blockiert hier das Schneidebrett. Das gibt es ja gar nicht. Sorry. Äh, gut. Ich bin gerade fast runtergezogen, weil ich mich noch vertröpisch kann. Oh, jetzt bin ich auch so runtergezogen. Auch. Meine Tomate? Nein, nein, deine Tomate. Das ist auch dein Käse. Das ist überhaupt irgendwas von mir. Äh, ich war alles schon ready hier. Äh. Ja, gut. Gott. Ich habe gerade so viel Zeugs und nichts ist im Ofen. Warum ist hier nichts im Ofen? Ah. Hä? Oh, jetzt macht er das hier unten nicht weiter. Oh, nee. Ja, gut. Oh, nein. Oh, Mann. Ich war voll schlecht. Hallo. Was für gut. Okay. Ich habe die falsche Zahl angeguckt. Ich war voll schlecht. Hallo. Okay. Das kann ich sagen, weil es wieder so... Oh, Mann, ey. Ja, war ja ärgerlich. Kann man das Team wechseln? Ich war vorher blau, ne? Äh. Kann sein? Ja. Oder? Nee, ich war immer blau. Du warst rot. Okay. Okay, gut. Hey, ich bin blau. Oh, nein. Was ist das denn für ein Zufallsgenerator, bitte? Ich bin... Oh, voll, jetzt wieder hier unten. Äh, ich kriege die Krise. Ja, in dem Fall wäre es natürlich wieder... Ah. Ganz großes Kino. Hm. Ganz wunderbar. Soll ich wieder keine Teig haben? Ja. Oh, der Käse geht da schon wieder nicht drauf. Ja. Ich hasse alles. Ah, nein. Verdammt. Das ist aber nicht nett von dir. Hä, wo sind denn die Öfen? Ach, da. Gott, ich kann überhaupt nicht denken. Ich dachte mir so, hä? Loh, jetzt ist der Teller hier. Ist ja ein Träumchen. Ich kann aber auch holen, so wie sie sich das Ding hier hinbringen. Jetzt bin ich ja wieder blau, ey. Die Seite macht mich ja schon wieder krühe. Warum liegt hier ein Käse? Weg damit. Das Ding braucht wieder einen Teller. Ich werde... Jetzt komme ich wieder in die Tür. Oh, du müsstest ja auch noch abwaschen gehen. Hä? Du musst doch gar nicht abwaschen. Ja, stell dir doch mal vor. Äh. Nein. Ach, jetzt legt der Käse da wieder nicht raus. Oh. Der Käse. So, hier Tomaten. Ich gucke schon wieder gar nicht auf meine Rezepte, ne? Ja, ich auch nicht. Ich rate, was da steht. Wird schon irgendwie richtig sein. Ja. Na toll. Nein. Nimm nochmal das Ding hier. So, jetzt habe ich keinen Teller. Auch richtig toll. Oh, jetzt halte ich mich wieder da. Dööööööööö. Ich bin jetzt fertig. Oh Gott. Jetzt braucht das Ding wieder einen Teller. Ich vergesse jedes Mal diesen doofen Teller, ne? Hä? Nenn nochmal den Käse. Oh, jetzt geht das wieder nicht. Oh, jetzt geht das wieder nicht. Ich brauche Teig. Teig ist wichtig. Nein! Meins. Oh Gott. Vor allem, ich gucke immer bei dir rüber, weißt du? Mhm. Verstehe ich schon wieder nicht. Ja, ich glaube... Ähm... Ist gut dann auch nix mehr? Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nein! Ich hätte es noch geschafft, wäre ich die andere Richtung lang gegangen. Weil meine Pizza wäre jetzt auch gerade fertig geworden. Oh, ist das ärgerlich. Ich bin wieder geboren. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ne, war da so... Ne? Hier. Oh. Äh, äh. Äh, ne. Hallo. Äh, äh, hä? Hä? Hä, wo ist denn nächstes Mal? Klappt's? Ach, da unten war das. Ich hab grad überlegt, hä? Ja. Gesucht und gesucht. So. Dann wieder zusammen. Oh, ich hab schon ne Karte geweht. Okay, warte. Äh... Das war, das war was ganz, ganz... Das war mein Herzenswunsch, weißt du? Hahaha. 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 Aber danach können wir gerne wieder zusammen. Och ne, ne? Wie jetzt? Also langsam reicht's. Also ich hab... Also ich hab wirklich das Gefühl, das ist irgendwie kaputt. Oh, jetzt bin ich wieder unten. Deswegen ja. Kaputt. Das versteht doch einer. Teig! Und runtergefallen. Teig. Läuft ja schon wieder hier. Du meinst, so kannst du den Käse raufpacken auf dem Teller, aber sobald irgendwie Salami drauf ist... Ja, es ist einfach ne Katastrophe. Ah, nee. Ui. Nein! Hu. Jetzt steht sie da oben, die Maus. Ui. 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 Eine Pizza. Die schreit. Oh nein. Oh nein. Aber ich muss hoch. Super. Mit dem Teig zusammen. Ah. Jetzt geht das hier unten eigentlich nicht. Hey! Gib mir meinen Käse zurück! Würde eigentlich einen Tomate haben. Alles meins. Oh nein, ich hab keinen Teller. Ah. Teller schnell. Ah. Ah. Oh nein, das war falsch. Kacke. Ich bin das rote Team. Oh, ich hasse alles. Na, ich guck schon wieder gar nicht. Doch. Ein bisschen gucke ich hin und so. Wieso geht denn das da? Ach, Alter. Kein Teller. Lauf! Oh Gott, ich hab mich noch teleportiert, Alter. Das war ja... Letzte Sekunde. Äh. 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 Lups. Nein. Nein. Okay. Ah. Gott. Hä? Nimm doch mal den Teller. So. So. Hopp. Nee, nicht hinterher da ausgerettet. Gott. Das da raus. Los. Warum kann ich das da... Ich hab mal... Ähhh... Ach, mein Sch... Kann man beide hier... Mmh. Alter, wie ich hier mit dieser Tomate spiele! Ahhhh. Oh oh. Nein, nein. Oh Gott. Kann ich das doch schon mal rein machen? Ja, doch. Anstatt ich das hier schon mal zu schneiden, weißt du? Jetzt schmeiße ich mich dann hier den Top, weil ich ihn fast im Charakter gemäht habe. So, jetzt ist das Ding hier fast fertig, ist ja grauenvoll. Oh nein, ich kann das nicht mehr reinpacken, ich dachte ich kann das noch nachlegen. Oh, das ist ja kacke. Wow, jetzt habe ich hier was umsonst gemacht. Ich hasse alles. Schönen Teig mit Tomaten. Ja, wirklich. Wer liebt das nicht? Oh man, ich wollte das da noch raufpacken. Pack den Käse da drauf, dann wird das auch schmelzen. Jetzt habe ich meinen Tomaten runtergeschmissen. Dafür kann ja keiner was. Ja. Ah. Ah. Ich habe echt keine Ahnung, welche Seite welche ist, aber ich glaube, du könntest diesmal echt gewonnen haben. Nee, du. Oh, scheiße. Also irgendwie, nee, mhm. Oh man. Es war so okay. Wir haben es geschafft hinterher. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Bis zum nächsten Mal.